hallo meine lieben freunde ich habe auf meiner schatz suche einen ort gefunden der ziemlich interessant ist ich drehe mich jetzt hier mal so ein bisschen um damit ihr sehen könnt wo ich mich ungefähr befinde ich zeige gleich einmal kurz die karte also ich habe wirklich lange nach diesem eingang gesucht weil ich wusste es muss irgendwo eine höhle geben ich hatte ein signal vom metalldetektor habe aber nichts gefunden und wenn man hier rein geht kommt man in einen wirklich coolen raum in eine wirklich coole höhle mit diesen figuren und man findet hier eine auf einem dieser sockel bei einer figur findet man eine relativ seltene schatzkarte blödsinn schatzkarte eine relativ seltene tarot karte ich denke dass einige von euch die gebrauchen können um ihr um ein set zu vervollständigen und findet noch eine perlenkette in diesem raum und hier seht ihr das ganze noch auf der karte dann damit ihr das auch wieder finden könnt ja super ok ich finde ich wünsche euch viel glück beim beim finden und viel spaß beim suchen bis zum nächsten mal ciao und